Hey, hey, hey Jade? Ja? Sag mal, Jade, du, kann man sich auf dem Forum eigentlich so... Im Forum ist alles möglich, wirklich alles. Da habe ich meine Freunde gefunden, meine Wohnung, da habe ich mein Haus verkauft. 300.000 Euro. Das ist doch nicht wahr, ich muss so sein. Ich bin so, ich muss wieder gehen, ich muss aufpassen, dass ich die Kette nicht lieb. Als ich mittags auf dem Paushof am Schmachten Vettering dein Homa essen sah, fühlte ich mich wie eine Antilope, hier in Augen betrachtet, angepisst und ängstlich gar. Ich bin ganz unten, denn ich bin schwemme Afrika, muss stürgen wir uns ein, dafür komm ich drauf nicht klar. Ich hab meine Getafe versetzt, meine Seele verhust, meine Mutti verletzt, und das nur für die Kunst. Ich bin krank, ich bin krank, du wendst an der Hand. Hey, Jade, alles in Ordnung? Was ist? Alles in Ordnung? Achso, okay. Hey, man, Jade, alles, alles klar? Ja? Nee, ey, ich weiß gerade nicht. Wo bist du? Was ist denn das für ein Laden hier? Hey, Hochschule für Fine Arts, das ist korrekt. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wo ich bin, ey. Wo nimmst du mich jetzt hier? Ich finde das gerade total schrecklich. Rein mit dir und lass mich in Ruhe. Okay. Was? Ich weiß überhaupt nicht mehr. Ich weiß überhaupt nicht mehr, das sagst du nicht mehr. Hier, geh doch die Beste mal ins Internet. Irgendwie, ich glaube, ich gehe jetzt erst mal raus, ey. Ich hoffe, dass... Ja, aber hier, BKD, ey. Hier, uns vorwarten. Ich glaube, du bist nicht erst richtig. Scheiße, Jade. Wo ist denn... Wo ist denn diese Frau? Okay. Guck mal, da hast du dich hier... ...mal halt mal Lockout. Und dann musst du dich hier... Lockout? Ich will mich doch einloggen. Register, ne? Okay. Guck mal, da sagst du einfach... Ja, okay. Warte mal, was steht denn da? Ist doch scheißegal. Okay. Was klein gedruckt ist. Und dann musst du hier deinen Namen eingeben. Okay, und deine E-Mail-Adresse? Wir sind doch drin. Ne, wir sind noch nicht drin. Wir müssen erstmal auf den E-Mail-Account. Das kommt mir total absurd vor. Ey, das ist nicht absurd. Das ist ganz normal. Also nochmal für ganz Dumme. Ich gehe auf diese Seite. Hfbk.de Ja. Und dann... ...mach registrieren. Dann gehe ich auf meine E-Mail... ...und dann gehe ich wahrscheinlich... ...und dann... Ich muss das probieren. Ich muss das einfach probieren. Ich muss das einfach probieren. Ey geil. Eingelockt. Das bin ich. Ich bin ich. Ich bin Jay. Das ist ganz geil. Nur... Wem sage ich das denn jetzt? Kannst du doch mal vom Knochen pusten. Hä? Inge? Ja. Inge? Ja. Inge! Was machst du da? Ich puste gerade. Pusten? Ja, hier. Guck mal. Dann muss ich glaube ich erstmal deine Hände waschen. Pusten. 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 Was ist denn Pusten? Ja, hier im Forum. Da kannst du... Schreib mir den Bestmann. Schreib mal hier. Unter Leben am Märchenfeld. Denn wir leben ja am Märchenfeld. Schreib mir den Bestmann. Du bist Jayde. Ich bin Jayde. Weißt du? Ich bin ich. Verstehst du? Ja. Ich bin Jayde. Ich bin ich. Ja. Genau so geht das. Yeah. So. Fertig. Und jetzt? Senden. Sichern. Submit. Du. Die Sendung wurde successiv geblieben. Dammt!